Wir reden über Autos mit jede Menge Spaß. Herzlich Willkommen zu VoiceOver Cars. Genau so sieht's aus. Hallo und herzlich Willkommen hier auf VoiceOver Cars. 36 cm lang, 10 cm hoch und inklusive Außenspiegel 14 cm breit. Das ist der Chevrolet Camaro aus dem Jahre 1969, der nun von Lego am 01.08.2022 auf den Markt kommt. Witziges Detail, das Set besteht aus 1458 Teilen und kann sowohl mit roten, weißen als auch mit grauen Rennstreifen versehen werden. Noch besser, der zukünftige Besitzer kann ganz einfach aus dem Hardtop ein Cabrio machen. Der Lego Chevrolet Camaro Z28 verfügt über viele schwarze Steine, eine rote Innenausstattung sowie über Türen, die sich öffnen und schließen lassen. Funktionale Details wie ein Lenkrad und ein Motor sollen das Modell aufwerten. Klingt eigentlich alles super, oder? Das Modell weckt bei mir auch das uneingeschränkte Haben-Wollen-Feeling. Naja, zumindest so lange, bis ich den Preis gelesen habe. Das Lego Set 10 304 kostet, haltet euch fest, Liste 169,99 Euro. Ich lasse das mal so stehen und frage euch nun nach eurer Meinung zum Lego Camaro. Hot or not, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst uns gemeinsam diskutieren, denn ihr wisst jetzt ganz genau, VoiceOver Cars ist und bleibt keine Einbahnstraße und ich habe schon so ein paar Lego Sets jetzt hier wieder auf Lager. Das heißt, wir starten demnächst eine neue Staffel von Jens baut auf. Freut euch drauf, bis zum nächsten Video, euer Jens. Ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.